Dieses zu veräußernde Sechszimmer-Einfamilienhaus steht in Halstenbeck. Das im Jahr 1935 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über drei Parkplätze. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1086 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern. Das Haus steht für 489.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.